Hey, Sabine von Freiheit beginnt in DST. Ich hatte in den letzten Tagen immer mal wieder das Thema Inkarnation besprochen und auch über unsere Seele gesprochen. Wie gesagt, wir sind ja Körper, Geist und Seele und unweigerlich nicht zu trennen voneinander. Ich bin ja nun nicht die Einzige, die auf dieser Erde der Meinung ist, dass wir wiedergeboren werden. Ich hatte auch schon eine Seite von meinem eigenen Seelenrückführer verlinkt und ich hoffe vielleicht, dass ihr da auch schon mal einen Blick auf die Seite geworfen habt und euch mit dem Thema noch mal näher beschäftigt habt, falls es neu ist für euch. Denn genau da ist so der Punkt, an dem wir uns irgendwann alle treffen, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen, zu verstehen, dass das hier, wie gesagt, nicht nur ein Leben ist, was wir leben und ohne Bedeutung wäre, sondern dass das alles hier einen tieferen Sinn hat. Und das zu verstehen ist halt nur mal ein Prozess, ein Weg, also Stück für Stück, den man dann selber individuell für sich ganz alleine gehen muss. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang auch noch eine weitere Empfehlung aussprechen. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen Dolores Cannon schon einmal gehört habt. Dolores Cannon lebt inzwischen nicht mehr auf dieser Erde, aber sie existiert noch immer. Wie wir wissen, kann unser Körper gehen. Das heißt, wir sterben, aber unsere Seele wird es nie tun. Die bleibt. Und somit ist es für mich auch wichtig, ihr Vermächtnis hochzuhalten, denn sie hat so viel geleistet, was dieses Thema angeht, unter die Menschen zu bringen. Sie hat so viele Bücher geschrieben. Ich glaube, es waren 17 Stück. Und sie sind in sehr vielen Sprachen übersetzt worden, sodass weltweit Menschen es einfach haben, auch ihre Bücher zu lesen. Es gibt unzählige Videos auch von ihr auf YouTube zu finden. Also ich werde euch da auf jeden Fall auch noch mal was verlinken. Und speziell ein Buch möchte ich euch ans Herz legen. Und das heißt in deutscher Sprache zwischen Leben und Tod. Dazu gibt es auch noch ein Video. Das werde ich euch auch noch mal verlinken im Kanal. Also schaut da ruhig mal rein, was ich da reinlege für euch, sofern es euch interessiert und ihr euch schon aufmachen wollt für dieses Thema. Dolores Cannon hat unzählige Seelenrückführungen mit Menschen durchgeführt und das unter Hypnose. Und sie hat darüber sehr viel als Rednerin referiert, gesprochen überall im Fernsehen oder auch in Videos. Hat Interviews ohne Ende gegeben dazu, um den Menschen dieses Thema näher zu bringen, die Türen zu öffnen, durch die wir dann freiwillig, eigenständig nach und nach hindurch gehen können. Sie hat auch unter anderem sehr viel über unsere neue Erde gesprochen, über Dinge, die wirklich sich es zu hinterfragen lohnt und mal hinzuschauen über verschiedene Planeten, verschiedene Wesen, die sich hier auch befinden. Also es ist ein Thema, wofür man schon offen und bereit sein sollte. Aber ich kann es nur jedem ans Herz legen, sich da mal ein bisschen mit zu beschäftigen. Auch über die Frequenzen, die unsere Erde hat und die Energien, die hier sind und über den Heilungsprozess, den Aufstiegsprozess unserer Erde und unserer Seelen hier. Also all das hat einen wirklich tieferen Sinn und du bist nicht einfach nur ein Körper, der hier einmal hineingeboren wird in diese Welt und dann wieder geht und es keinen Sinn macht. Also auch du hast einen Auftrag und ich denke, es ist doch auch in unserem Sinne, dass wir diesen so gut wie möglich erfüllen hier im Leben. Also schaut euch das ruhig mal näher an und merkt euch den Namen Dolores kennen. Ich verlinke euch alles dazu. Gerne können wir uns auch in den Kommentaren darüber austauschen. Ich bin für alles offen, solange es auf respektvollem Weg ist, können wir uns über alles austauschen. Ich bin also auch jederzeit bereit, mich irgendwelchen Fragen zu stellen oder Antworten zu geben, die ich geben kann. Ja, habt noch einen schönen Abend.